Was soll ich sagen? Ja, hallo und herzlich willkommen. Wir versuchen uns mal in einem GameCapture und zwar ohne Hood. Was auch immer Hood heißen wird. Wir brauchen sowas nicht. Ohne Hood. Ohne Hood, ja. Ohne Robin Hood. Thomas, hast du dir zugehört? Was? Du hast gesagt, wir versuchen uns in einem GameCapture. Oh Gott, jetzt hat es auch bei mir klick gemacht. Wir versuchen mal überhaupt irgendwas. Vielleicht klappt ja heute mal endlich irgendwas. Für alle, die die Folge jetzt gerade gucken, guckt die anderen. Wir versuchen uns erstmal im GameCapture, okay? Also ich versuche mich in meinem Garten. Warum habe ich eigentlich schon wieder irgendwas angezogen, was, weiß ich, was rot ist? Warum sieht man mich ja schon wieder auf 200 Meter an? Ich weiß nicht, was machen wir jetzt eigentlich? Man muss den Koffer in einem anderen Team klauen und in die eigene Basis bringen. Ohne hat oder auch ohne Karte? Ohne hat, ne? Ohne alles. Ach so, warte mal. Ohne alles. Ohne alles. Ohne hat. Also auch ohne Waffen. Ja, nee, Waffen darfst du schon benutzen, aber ich würde sagen, ohne Karte und ohne... Also ohne Radar und ohne Hood. Ja, so wenschen denn schon. Wie das jetzt auch immer funktionieren soll, weil ich weiß nicht, wo die Karte in der Maute da war. Vollgas. Wir sind genau an der gegenüberliegenden Seite von der Basis. Die jeweiligen Sachen. Macht es auch ein bisschen spannender, wenn man gar nichts... Ich habe meine Karte ausgeschaltet, alle sind weg, ich habe keine Ahnung, wo ich hingehe. Ich habe auch keine Ahnung, wo ich hingehe. Ich steige einfach mal in ein Auto ein. Sowas habe ich nicht zufrieden. Was bei mir auch keine so gute Idee ist. Oh, da vorne fährt ein Auto. Nimm ich mit. Na gut, ich bin also eine Menge. Ich bin bei den Sternen überhaupt in einem Team. Ich weiß gar nicht, wer in meinem Team ist. Du bist mit Tristan, glaube ich, in einem Team. Mit mir? Es tut mir leid. Das kann ich jetzt auch nicht mehr abrufen, nämlich. Doch, da musst du den, den... Oh, ich bin droht! Nee, ach doch da. Doch, doch, doch. Nicht geklappt. Ich wusste gerade nicht, ob er in welchem Team er war. Also was klappen würde ohne... Das Rutscher lebt noch. Ja, ich habe ein Auto. Sehr gut. Wer hat ein Auto? 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 Hilf den Koffer am Übergabeort. Ähm, ich habe ja gar keinen Koffer. Was willst du? Oh, ich habe einen Koffer. Ich habe einen Koffer. Achso, dann sollte ich... Oh mein Gott, Leute, wo seid ihr? Ach, mach doch bitte die Karte aus, ja. Eher den anderen behindern. Hilfe. Ich habe Angst. Oh, du hast Sven an der Backe. Auf mich wird geschossen. Ich habe Angst. Martin, beschütze mich. Wir sind einfach keine Menschen. Musst du dahin? Das ohne Karte macht einfach keinen Sinn, Leute. Ah, doch, doch. Ich habe das gesehen. Ey, ich habe da was gesehen. Oh Gott, wer ist das? Und ich habe... Ja, und damit herzlich willkommen zum Single... Singleplayer Let's Play. Hier bei Let's Play Together GTA Online. Für heute seht ihr, wie ich über ein paar Dinge klettern war und durch die Gegend laufe. Ich wurde abgeknallt. Was ist da los? Oh, das ist blau. Entschuldigung. Das ist blau, das ist... Interessant, dafür respawne ich in einem Sportwagen. Ich bin jetzt 20 mal über Helier gefahren. Man könnte sicher sonst nichts, ne? Kann man hier niemanden kalt machen oder bin ich nur zu blöd dazu? Nein, ich fahre los. Du kannst mein gränerisches Team kalt machen. Also wahrscheinlich dann die Kaltmeier gefahren. Ich bin jetzt 20 mal über Helier gefahren oder irgendwie. Blöd dafür. Raaah, was da los? Wo kam das denn her? Freak, oh! Es ist gut, dass man zumindest im Orbit fahren. Überleid, wir sind im... bisschen falschen Team. Gab's nicht mal ein Getränk, das so hieß? Wie? Das Purple, das töten wir nicht. Wie, welches Getränk hieß wie? Ähm, dass ich mal ein Getränk darf, das Rico hieß. Ähm, gute Frage, nächste Frage, ich hab keine Ahnung. Oh, das war Helier. Hoppla. Ich komm, oh, ich komm nochmal drühtsam. Hau mal nach da. Boah, jetzt hab ich jemanden überfahren und jetzt ist mein Auto. Das ist nicht mehr so. Naja, war dein Auto jemals, ehemals so in diesem Spiel. Ja, das, das ging, aber jetzt hab ich jemanden überfahren und bin da wogegen gefahren und jetzt lenkt sich das schlecht. Hattest du zufällig ein rotes Auto? Nein! Ich lass es mal, ich muss immer... Ich habe kein rotes Auto. Hey, ihr seid in der Nähe von unserer Basis. Naja, ich weiß nicht mehr, wo eure Basis ist. Ja, oh ja, das schon, aber Priester steht hier und hält die Stirn und sowas vorn. Und hinter mir ist noch... Oh Gott, gibt's hier. Ja, das Problem ist aber, wenn die durchkommen... Du findest auch... Nein! Da ist Thomas! Hallo Thomas! Ich bin das nicht. Nein, nein, ich bin das nicht. Ach Thomas, sei doch nicht so schüchtern. Oh, da ist jemand. Da ist Thomas. Sonst bist du doch auch nicht so. Ey, was, was sind die, was stehen die für Autos? Hey, das sind meine Leute. Hier ist jemand gewesen. Ich hab jemanden gefunden, hurra! Oh Mann! Das Auto fällt nicht mehr richtig um die Kurve. Was soll denn das, Rico? Wir können doch über alles reden. Ja, können wir... Gibt doch! Ach, ich bin in deinem Auto gespawren. Da ist Auto eben, Dreck. Hm. Entschuldigung. Versuch ja, die Koffer zu kriegen. Ich versuch nur, irgendwelche Leute zu treffen. Bin ich denn jetzt hier? Bin ich an meiner Basis? Ja. Ähm. Und wo sollen die Koffer rumliegen? Die liegen irgendwo an der Basis rum. Ich bin ja da. Tada! Das geht ja mit 15 Uhr, wenn ich hier geblitzt werde. Eieieie, das wird teuer. Ah! Koffer! Hier! Verdammt! Ach! Ach! Da kam den Inglas Punkt, den Inglas Punkt, ja. Kann nicht, weil ich länger lieber zu Sekunden. Ich hab' den Koffer wahrscheinlich jetzt nicht mehr. Nein, 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 nein! Doppelkrieg! Ich weiß gar nicht, wo ihr seid. Ich hab' keinen Plan, wo ich bin, aber egal. Thomas! Ich hab' aktuell auch nicht wirklich einen Plan, wo ich bin, äh... Ach, verdammt! Ich hab' keine Munition mehr, das ist zumindest super. Also für alle, die sich das gerade angucken, spielt niemals sowas ohne... Da ist jemand direkt an unserer Basis. Ja, ich bin da. Ich bin da. Ich hab' alles vor. Das ist ein falsches Team. Das ist da, ich bin dein Team! Ja, cool, ich hab' lustigerweise keinen... Äh... Oh, bitte! Ähm... Gibt's hier eigentlich... Wie heißt das Ding denn? Kein Hakenkreuz mehr? Gibt's hier eigentlich... Kein Hakenkreuz mehr? Alter! Kein Profanen! Wir fliegen überall auf der Waffe verteilt, äh... auf der Map verteilt, Waffen rum. Hey, da ist jemand. Hallo! Aua! Nur weil auf der Map verteilt, es gibt keine... Was, ist das gar nicht? Da hab' doch gar nichts gemacht. Wer liegt denn da gerade weg? Joko! Ja, du bist richtig! Schnell! Ja, ich hab' doch keinen Koffer! Doch, du hast einen Koffer dabei! Echt? Wo hab' ich denn Ding gestorben? Weiß ich nicht, aber es... Wo hab' ich denn her? Das ist eine gute Frage, äh... eine sehr berechtigte Frage. Hm, okay, naja... Da kommt der Chris... Angefahren... Egal... Habt eigentlich schon irgendjemand... Irgendwann irgendwo einen Koffer abgeliefert? Ja, wir haben zwei Koffer inzwischen abgeliefert. Ich hatte komischerweise irgendwo einen. Also hab' ich einen. Ich weiß gar nicht, was los ist. Wo bist du denn eigentlich? Also das ist... Das ist echt schwierig. Ich bin bei einer anderen Basis, aber es sind 250 Menschen. Wer fliegt da mit dem Jet? Ja, das frag' ich mich auch schon die ganze Zeit, aber... Wo zur Hölle ist die andere Basis? Ich rechne ja, dass... Also... Ich weiß nicht mal mehr, wo unsere Basis ist. Ich glaub, ich werde ihm jetzt auch einen Jet holen. Ich glaube ja, dass Mr. Martin im Jet unterricht. Viel schulden. Ne, es war ein roter Punkt. Martin ist bei uns im Team. Achso. Matsch. Oh, ich werd wieder eingetossen und ich weiß gar nicht. Aber im Auto. Ah, Thomas ist tot. Hell yeah. Okay. Hell yeah. Brauch. Wenn er will. Okay, hier ist zumindest ne Waste. Dann darf er. Ja. Ja, auch was. Das Problematische ist ja immer bei diesen Koffern, wenn man da steht und da dahin fährt... Es spawnen ja alle in dieser Gegend, ja? Ja? Ja. Also die gehen ja. Zum Beispiel so wie jetzt der Martin, den ich jetzt platt gemacht hab. Das kriegt ihr zurück. Das kriegt ihr zurück. Ich glaube wir sollten einfach mal an unserer Basis warten, denn ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht, wo an unserer Basis der Koffer ist. Ich hab ja noch keine Waffe gefunden. Warum ich denn in nem Auto? Äh, immer. Ich brauche auch immer im Auto. Ah, verdammt! Warum stehen jetzt eigentlich 300 Autos? Oh, hier stehen schon so viele Autos. Ah, ich brauche eine andere Taktik. Ich habe den Punkt gefunden, wo unser Koffer steht. Ah, Wunscher ist hier schliegen. Das ist halt sehr gut. Wir halten jetzt einfach die Stellung. Und wir gehen jetzt auch auf Sicherung. Auch wenn wir... Hier. Warum hat man denn eigentlich nur immer 12 Muni? Das doch blöd. Ja, ich hab jetzt gar keine Muni. Wie viel Zeit war eigentlich eingestellt? Ähm, das ist eine gute Frage. Ich hab keine Ahnung. Ach. Ich konnte keine feste Zeit einstellen. Ich konnte nur Zeitlimit einstellen. Ah, okay. Was haben wir denn für ein Zeitlimit? Das ist ebenfalls eine gute Frage. Oh, das ist mal reiflich. Ich mach mal... Ich bin mal ganz, ganz, ganz gut. Ich mach einfach mal die HUD an, ja. Waaat? Die sind schon da, ne? Wartet. Wir haben... noch 52 Sekunden Zeit. Ah, super. Echt? Ja. Oh. Oh. Also die HUD hätten wir in Ruhe anmachen können. Ich sag mal, die HUD hätten wir in Ruhe anmachen können. Nur das Radar aus, ne? Genau. Ah. Nein, 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 nein. Wir haben in Ruhe an. Ist eigentlich irgendwelche Menschen? Hallo? Sind hier Menschen? Ja, schon. Ich sieh's noch nicht. Ah, jetzt höre ich die komische Musik, dass nur noch ein paar Sekunden da sind. Mhm. Das fand's eben genau so sein. Ey, ich glaub... Wir haben... Das ist Thomas mit dem Jet. Lernwürde Leute Leute Hör doch noch mal zu wir haben einen Koffer weil die steht gerade bei mir hilft den Koffer und jetzt hat sich jemand die Kofferträger getötet wir hatten einen Koffer gerade das ist das ist schön aber... und? Charlierer 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 Ich auch nicht also ohne Radar weil wir die meisten Koffer abgeliefert haben deswegen ja ja weil ihr das Radar das ist echt schwer wie lange haben wir denn jetzt gerade aufgenommen? wir sind jetzt äh ja ich denke sonst können wir das ganze Jahr mal versuchen mit Radar mit Harz zu tun nochmal machen mit Radar kann man so machen ne? wenn das funktioniert jetzt ist es auf die Schnellen? ja wir müssen einfach nur... also wieder alles komplett anfalten wir können auf Wiederholung gehen ja lass uns mal auf Wiederholung gehen wiederholen wiederholen Radar anmachen Radar Radar wow ob wir dann die gleichen Team sind? wahrscheinlich schon ich glaube nicht sehr gut ich bin mir ziemlich sicher dass ich mir nicht sicher bin gut dass wir uns so einig sind auf jeden Fall ja wenn ich das nicht meine wegen etwas sehen soo erstmal Radio umstellen aus aus Endbedingungen Zeitlimit und zu freigelittenen Spielen da aus soo kann ich? darf ich? joo meinetwegen gern also muss erstmal meinen Berater fragen ob ich das darf erro wir sind wieder in den Klasse Post-Post-Teams oder? die gleichen Teams ganz jung aktiv wir sind ja einer weniger Helje Tristan Orih wir sind einer weniger na also unser Team ist einer weniger also unser Team ist einer weniger für Sex vielleicht möchte in eurem Team einfach keiner spielen Da könntest du jetzt bitte deinen Mund halten. Du weißt, wen du sagst. Immer dieses Gedisse hier. Du hältst jetzt auf den Rand. Oh, Mano. Mein Berater sagt, das darf nicht sein. Hauptsache 6x6 hat Spaß beim Hintergrund. Das finde ich super. So. Los geht's. Ich schalte mal wieder an. Ah, jetzt geht's los, ja. Das ist das gleiche Grün, wie gerade eben, bloß. Aber da gibt's ja wieder so wenig Munition. Diesmal starten wir auf der anderen Seite. Erstmal hier Anzeige. Ich möchte Thomas jetzt Folgendes unterstellen. Thomas, du wusstest sowieso schon die ganze Zeit, du hast es dann aber angelassen. Dann bin ich mir sicher. Nee, tatsächlich nicht. Ich war so durf, um das rauszumachen. Pass auf, Thomas, das kann man alles auf deinem Kanal sehen. Ja, ich mach Werbung für dich. Nein, das ist immer nicht auf deinem Kanal. Wir gucken alle lieber auf deinem Kanal. Was war um das denn? Weil du das bestimmt hattest. Nein. Wir hatten das sich ja alle an. Und haben alle nur so gesagt, ja, 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 ich mach das jetzt aus. Auf jeden Fall. Warum schießt da jetzt schon jemand auf mich? Was war denn los? Du, gerade dieser komische LKW warst, der an mir vorbeigerauscht ist. Könnte sein. Wo warst du denn? Ich hab dich gar nicht gesehen. Ich brauch unbedingt ein anderes Auto. Super, da fährst du ein LKW, ne? Und dann... Hoppla. Was ist das? Dann schreckst du einfach was in die Luft. Du warst. Das war natürlich nicht das, was ich wollte, aber okay. Er hat sich denn da jetzt den Chat geholt. Und schon wieder? Ja, das find ich ein bisschen. Ja, das find ich trotzdem ein bisschen blöd. Was? Naja, wenn man hier mit dem Chat rumfliegt. Das ist mit niemandem, das sag ich mal. Na. Hatte das mal mit... Oh, ich hab selbst auch begangen. Ich hab das mal mit... Ahnung mit wem das war. Elia, glaub ich, gespielt. Alter, stand dann plötzlich ein Panzer bei uns. Oder kam plötzlich reingefahren. Hallo, Loco. Hallo, tschüss. Tschüss, Loco. Na. Ich hab hier ne Lieferung ganz wichtig. Ich guck mal, hallo. Wir haben da inzwischen zwei Stück, weil bei uns noch was ist. Oho, Tristan schon wieder. Wo ich wieder rumlaufe, ne? Wie ich wieder rumlaufe. Abseits der Map. Nö, abseits der Map nicht. Ihr Haargrut schon ein bisschen. Aber wir haben ja auch mal gezeigt. Oh, ich fall gerade, das ist viel schlechter. Aber ich hab's überlebt. Also ich glaube, ich fahre jetzt vielleicht der erste, der am nächsten dran war, weil die Koffer, oder? War schon jemand näher? Ich kann mich daran nicht dazu. Weiß es nicht genau. Ich bin hier sicher, ich... Da oben? Ne, Helia, mit der Sniper, aah. Wo hat da die Sniper her? Ja, liegt auf der Karte, auf der Dingsru... Wie bitte? Ich bin... Ähm, wo bin ich denn jetzt? Ich bin gerade halb auf so'n komischen Elektro-Ding, spawnt. Ja, ich seh's. Wie kann man halb spawnt? Ja, die Hälfte des Autos war auf dem, äh, Stromkasten, der Rest hing runter. Okay. Ah, endlich. Oh, Guter. Was, Guter? Weil, ewig lang im Kreis und dann erwischt mich wer. Ich hätte eure Hilfe gebrauchen. Bin hier ganz allein am gegnerischen Spahn. Ja, da. Bezweifel ich. Du da alleine bist. Ich bin auf den Weg. Aua. Ja. Ja, drei gegen einen kommen, oa, ne. Oh, um Gottes Willen. Werde ich gepult hier. Ach. Hat jetzt überhaupt schon mal jemand irgendeinen Koffer geholt? Ne. Ich hatte mal einen in der Hand. Ne, Tristan. Das ist super. Vor vielen, vielen Jahren. Als ich noch klein war. Der Körper hat mein Tristan weggeräumt. Das ist... Der Tripplet. Guter. Alter! Hi. Warum liegt hier kein Koffer? Warum liegt hier kein Koffer? Ich muss gleich wenigstens stehen. Alter! Ich muss nicht mehr stehen. Nein, Tristan, nein, 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 nein. Geh tot! Nein, ich geh nicht tot. Ich geh nach Hause. Oh. Ich muss schnell nach Hause. Das ist doch nicht wahr, oder? Wo muss ich denn das jetzt hindringen? Zu unserer Basis. Jetzt soll er abgehauen, die feige Sau. Ui. Ich wollte nicht, dass du dir selber voll hast. Ja, ich weiß, da kommt noch jemand. Ja, steck aus. Steck aus. Und erschließen. Stimmt. Ja. Wo ist er? Wo? An unserer Basis. Im Auto. Ach so. Ich war ja schon wieder. Ja, du bist gerade losgefahren. Da kann er angeronten. Tristan, komm. Tristan, jetzt auch los. Los, 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 los. Das hab ich verpasst. Wenn ihr hofft, wo ist Tristan? Mach! Voll von hinten. Ja, Entschuldigung. Du hast ihn, Mann. Tristan ist mit dem Koffer unterwegs. Ne, sag da lieber mal nix. Tristan, wo bist du? Von hinten an du bist. Tristan, nimm den Außenweg. Mach mal hin, die. Ja, auch zu spoilern, Mann. Am besten wartet er direkt vorm Ziel. Halte das Ziel, Leute. Halte das Ziel bereiten. Ich hab ihn ne halbe Stunde geschossen. Ja, ich hab auch... Achtung, Helya ist auch noch bei uns. Purple. Ich bin ja nicht bei uns. Ich bin nur anders. Weil Helya ist bei uns. Helya war bei uns. Purple hat Helya fertig gemacht. Oh nein. Und Purple hat nen Koffer. Ah. Dort liegt irgendwo nen Koffer. Ach, die Mitte. Ey, was ist das so? Tristan hat nen Koffer. Mach den kaputt. Ich frag mich grad ernsthaft, ob die, ob meine Zielfehle fährt. Komm, wir brauchen nur einen Koffer. Wir brauchen nur noch einen Koffer. Ja. Oh. Purple, das war ich. Sehr gut. Ah. Ah. Das ist gut. Ich krieg's ja aufregend. Was für ne Scheißkarre. Neeeein. Wann, der liegt dringend. Oh. Die Autos. Die. Die Autos. Unlegig. Aber Martin ist weg. Oh oh. Nein. Oh, Tristan. Komm, mach Tristan. Gibt's immer. Schöner hier. Schöner hier. Schöner hier. Das gibt's doch nicht. Das hat mich ja auch so fünfundmal. Das hat mich ja so erwischt. Sorry. Du musst mich doch umbringen. Trotzdem. Hi. Da kommt jemand mit. Warum stehen eigentlich an der einen Stütze so viele Autos? Ja, weil alle immer stehen bleiben und aussteigen. Hellyer von links von unserer Basis. Wenn man zu Gegnern kommt. Oh. Oh Mann. Lass mich hier raus. Nein, 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 nein. Ach Scheiße. Wer hat mich denn da jetzt gerammt. Lauf Hellyer, lauf. Hellyer, lauf. Oh. Das ist doch nicht. Das ist echt klasse. Ja, ich hämme hier auf meinem bescheuerten. Oh. Das war Roger. Hellyer kommt über links außen. Aua. Näm. Komm mal zusammen. Oh Gott. Ich hämme hier auf meinem Gamepad. Das ist nicht mehr heilig. Und Chris steht noch an der Basis. Ich muss immer ein bisschen tief durchatmen zwischendrin. Ja, egal, aber wenn sich keiner drum kümmert, ist der nächste Koffer schon unterwegs. Mr. Martin, hast du einen Koffer? Ich bin drin. Töne euch alle! Wo bin ich? Aha, okay, da hinten ist der Koffer, ja. Boah, die kommen nicht so wieder. Ah, warum? Warum muss ich immer sterben? Ein tauriger Schicksal. Uccia ist noch bei uns. Boah, ich hab echt... Die war doch irgendwo. Warte mal, Christiane richtig. Ja, ich hab ne Nadelschnecke. Boah, das ist nicht. Ja, ich auch. Nein, nicht einsteigen. Das Spiel ist vielleicht vorbei? Nein. Wir haben noch 42 Sekunden. Noch für mal. Also wir brauchen nur aufpassen, dass die keinen Koffer kriegen. Da ist Uccia. Ja, wo muss ich denn den Scheiß-Koffer jetzt hinkriegen hier? Bitte, eine eigene Basis. Stirb doch mal! Ach, fuck! Wer hat mich denn da jetzt? Ach, es ist aber immer noch jemand an unserer Basis. Ich hab neben unserer Basis einen Koffer liegen lassen. Christian, wo ist der Koffer? Was ist das denn hier? Liegt doch irgendwo einer einfach so rum. Was ist das denn hier? Aua! 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 Außer Tristan? Oh, cool, ja. Jo, gut. So, Tristan hat ja von seinen elf Kills zehnmal mich erwischt, der blöde Penner. Nein, das kann ich so stimmen, weil da war ich auch dabei. Purple, 15 Kills. Da war ich auch dabei. Ich würde mal sagen, Aufnahmepause. Aufnahmepause. Freier Modus. Tschüss. Tschüss, bis morgen. Ade.